Ah guck da vorne steht noch ein Heli Ja vor allem kommt da vorne ein Strommast Da vorne steht noch ein Heli Wo steht noch ein Heli? Da brems ich wieder Rechts links von uns Links von uns Fliegt der schon? Links Oh wir fliegen Lande, lande doch Oh nein Jetzt sind wir da los So geil Das ist ja aber auch ein cooles Ding Und wie kommen wir jetzt wieder runter? Lande einfach, lande Wo denn? Erstmal eine Runde drehen Oh nein, da ist es wieder los Ja mit was hast du gerechnet Als ich gestartet bin, was wir dann wohl sind Du fliegt über Carla drüber Wo ist er denn? Immer noch bei Ivan Immer noch bei Ivan Ich bin jetzt mittlerweile über Na aber Wie kannst du das vergessen? Das kann ich mir sogar merken Das ist mein Geburtsdatum umgekehrt So hier sind wir bei Ivan Hallo Carla hörst du uns? Ja und? Wo bist du? Hallo? Warte ich muss mein Kack sein Warte ich muss mein Kack sein Dreh und lande Geil Jetzt Dreh und lande Moment Oh Alter Seid ihr? Das ist der Eis Der Fackschnitt Alter Doch geht doch Wir leben ja doch Wir landen bei Ivan Ich muss nur irgendwie jetzt runter kommen Lande doch bei Ivan Nicht zehn Kilometer weg Ja wie soll ich denn da landen Ich kann nicht senkrecht landen Ich brauche eine Piste Nein aber da ist ein Stück Wiese Und Carla muss dann halt zum Flugzeug kommen Da ist ein Stück Wiese Jetzt runter 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 Alter fuck was habt ihr da? Da landet doch da vor uns Moment ich versuche mal irgendwie sowas wie Ja genau so Das geht? Warum kann man denn nicht starten mit der Küste? Er ist runter Jaja Ich versuche verzweifelt runter Gehts runter? Ja ganz langsam Ganz langsam Ich komm dir mal entgegen So Er fährt so die ganze Zeit los Und auf einmal sind wir in der Luft Ja so ist das bei Flugzeugen Ja man Der Liegt doch nicht immer weiter weg von Ja Ich renne ihn Oh 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 Oli Oli Ui Ui Oli Lass gehts, bin ich tot das ist aber auch ein Scheiß und dann gleich wieder hinfahren so ein dummes Fahrzeug hab ich schon lange nicht mehr gesehen ich kann fliegen mit dem Tal bin ich mit dem Tal bin ich noch nie geflogen aber jetzt weiß ich wenigstens dass das tatsächlich nur als Flugzeug fungiert das kannst du vergessen mit senkrecht raufhunter geht nicht da kam der Baum immer näher so ein Scheiß und wir haben es nicht mehr aufgenommen ich hab es aufgenommen als ich gestartet bin aber ja was soll man damit machen das ist nicht mehr so gut wir sind nicht mehr so gut wie es ist dass das ist und wir haben es nicht mehr so gut wie es ist aber es ist nicht mehr so gut Vielen Dank.